Hey, grüß dich! Hier ist wieder deine Frau Trollinger und Frau Trollinger hat heute ein Thema, das nennt sich Handyhüllen. Ganz simpel, ganz einfach. Und es sind richtig mega geile Handyhüllen. Es ist nicht irgendein Kram, den man irgendwo kauft, sondern es ist wirklich mega geil. Punkt 1 habe ich es selbst designt. Es sind meine eigenen Designs, die auf diesen Handyhüllen drauf sind. Und ich lasse dir hier nebenbei ja schon einiges durchlaufen, damit du einfach mal sehen kannst. Das ist die Designreihe Fraktale. Fraktale, das ist so eine wahnsinnig mega geile Farbexplosion. Ich liebe das, diese Farben, gerade bei diesem grauen Wetter und diesen negativen, was meistens so draußen kommt. Man sieht ja nur alles grau, matschig, bla, Regen. Das ist im Moment nicht so toll. Und von daher habe ich gesagt, hey, da muss was Farbiges her. Etwas. Und wo guckt man am meisten im Moment drauf? Aufs Handy. Einfach, weil es Spaß hat. Und ja, von daher, was macht man dann? Einfach nur wundervolle, coole Hülle drumrum, wo man wirklich sagt, wow, das ist geil. Und wo man vielleicht sogar noch mal darauf angesprochen wird. Hätte ja auch mal was, oder? Graue Mäuse waren gestern. Heute ist wirklich absolute Farbexplosion angesagt. Bei mir bekommst du nur meine Designs. Das heißt, sie sind nirgendwo in irgendeinem anderen Shop verfügbar. Sie sind nur in meinen beiden Shops. Einmal bei Teespring und einmal bei Redbubble zur Verfügung. Und ich mache dir beide Links hier unten rein. Wenn du Interesse hast, schau einfach mal rein. Und ich würde mich freuen, weil irgendwie, wisst ihr ja, die Figur muss gehalten werden. Ich weiß, ich bin doof. Aber ich kann nichts dafür. Und solltest du übrigens mal Interesse an einem besonderen Design oder irgendwas haben, irgendwas brauchen, frag doch einfach mal an. Vielleicht kann ich dich da unterstützen und mit dir zusammenarbeiten für ein neues Design. Ich helfe gern. Ich zeichne. Ich arbeite mit Grafiken. Also von daher würde ich mich freuen, wenn du dich dann einfach vertrauensvoll an mich wendest. Auch wenn ich gerne rumtrolle. Aber ich habe mindestens Humor beim Arbeiten. Das fehlt leider vielen heutzutage. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und besuch doch einfach mal meinen Shop. Das hat was. Und es gibt nicht nur Handybühen. Mädels, es gibt auch Taschen. Taschen. Ich liebe Taschen. Ich bin ein Taschenfetischist. Ich bin furchtbar. Nicht Ruhe. Nein, nein, nein. Taschen. Und die Taschen sind auch noch schuld, dass ich das angefangen habe. Also von daher. Bis dann. Ciao.